ja leute hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge diablo 3 wir haben beim letzten mal hier aufgehört und wie ihr seht müssen wir die hütte untersuchen und da sind wir eigentlich schon ganz in der nähe und hier so ein bisschen an dem speicherpunkt orientiert ein verborgener keller alle hätten hier liegen die geheimnisse eurer mutter verborgen leute sagten sie sei eine hexe gewesen ich habe ihn nie geglaubt dann schauen wir uns hier mal um ein kessel wobei ja 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 sehr schön mein lieber schwan das ging ja schon zur sache okay was willst du hier ist der schlüssel und das tagebuch meiner mutter das was ich bisher gesehen habe erschreckt mich etwas ich will mehr über sie erfahren aber das kann noch warten zuerst müssen wir onkel dekker dritten ich finde euren onkel ihr bleibt hier und findet heraus was ihr könnt vielen dank letzte nacht zu mir gekommen ich ahnte was ich in seinem aufgewühlten herzen verbarg ich tröstete ihn so gut ich konnte dennoch wohin auch immer er aufgebrochen ist die hölle wird ihn verfolgen der schatten droht tristram erneut einzuhöhlen aber wie er denn werde ich verschwunden sein bevor es soweit ist okay statten wir uns hier neu aus schauen wir uns hier noch derweil ein bisschen um das sieht nicht so aus mädchen hast du noch was zu sagen wie ist eure mutter gestorben die details sind schwammig aber ich weiß dass adria davon besessen war dem arkan hinterher zu jagen sie wusste genau dass sie niemals ein kind würde großziehen können und die dekker glaubt dass der wahnsinn und der schrecken in ihrem leben sie am ende eingeholt haben okay mädel also gehen wir hier wieder raus verlassen wir diesen finsteren Ort fahrrad fahrrad kommt ihr alle ab fahrrad fahrrad was wohl hier ja an cordой wir mal schnell ins inventar 402 nein das bringt uns nicht weiter akan komplexe leute der schützer was ist das nach das haben wir auch schon das bringt uns auch nicht weiter also wenn wir uns weiter um mehr geht es nirgends weiter leute also mir gefällt ich finde es geil gemacht oder schon wieder so ein paar lappen ja nichts drauf außer zahnbelag massengrab also gehen wir ins massen ich bin nun reicher an erkennt das ist gut so noch eine truhe wir nehmen mit was wir kriegen können aber erst mal schauen wir uns hier die fähigkeiten das ist doch gut ah ja sehr schön das heißt wir haben jetzt eine neue fertigkeit und wir werden dann auch gleich mal gucken gibt es hier noch irgendwo weiter nein wir haben eine neue fertigkeit die wir hier ausprobieren können versuchen wir das mal na das noch so ein lapel hier schlug der stern ein also gut leute das heißt für uns 1 nein okay ab in jedem 1 wow heute ist es echt geil es ist wirklich geil mal gucken dass wir mit unserem mönch hier mal ein bisschen das ganze erkunden da vorne geht es glaube ich nicht weiter nein hier ist der stern gefallen da geht es auch nicht weiter da geht es auch nicht weiter oh 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 was ist das für ein Fettsack das war ein guter Treffer oh 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 na das wäre auch gegangen okay auf die Tür ja kommt her ihr Lappen ja wieder so ein Fettschwabbel ja 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 nette sache aber ich möchte mich jedoch ein bisschen genauer umschauen oh 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 ja Flattermänner nach nach da geht es auch weiter wir gehen erstmal hier schauen ob es hier noch irgendetwas zu sehen gibt nett das nehmen wir doch als geschenk gerne an hm 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 okay okay oh Flattervögel kommt ich krieg ja erstmal eine blitzung und 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 ich glaube jetzt brauche ich erst mal einen kleinen gesundheitstrank da sind noch mehr die alten mistviecher was übersehen hier nein sieht nicht so aus ich will euch ihr lachen nichts drauf außer zu haben ja so oder ja 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 Oh, die können aber so abhauen, aber ja. Meine Wunden schließen sich. Oh, 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 jetzt kriegen wir nicht Probleme, glaube ich. Ich werde zurückkehren, das werde ich nicht tun. Oh, verdammt, ich bin gestorben, da war ich doch. Da war ich doch etwas zu voreilig. Okay, Leute, das Ganze will ich natürlich ersparen hier. Habe ich die hier alles schon erledigt? Ja, das zählt alles schon. Das ist natürlich nice. Das ist natürlich nice, dass das alles zählt. Also, wo sind diese Lappen? Ach, komm her. Okay, wir haben es doch geschafft. Wir sammeln, was wir können. Ja, mein Platz ist begrenzt, das weiß ich. Mein Inventar ist schon obervoll, würde ich mal behaupten. Magischer Streitkulm. Na, wir belassen uns erstmal dabei. Ich trage zu viel. Oh, das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Ja, los. Hier schauen wir uns auch noch mal. Das sammeln wir alle rein. Ich muss mal ganz kurz mein Inventar, glaube ich, mal durchschauen. Äh, weg damit. Handschuhe kann ich tragen, das ist okay. Das habe ich schon. Was ist das hier? Armschiene. Ah, sehr schön. Naja. Was habe ich hier? Eine Fünferhose. Ah, Beinschutz. Sehr schön. Die Stiefel haben acht. Die haben acht. Die haben nur zwei. Durch. 8,2. Tauschen wir doch aus. Okay. Aber durch können wir immer mitnehmen. Gold ist immer gut. Okay. Ich habe gerade was gehört. Ah, Dreckpatschack hier. Ihr seid besiegt. Was? Da ist noch einer. Ach. Mein Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee. Lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Ah, hier gibt es noch ein bisschen Gold. Aber hier geht es offensichtlich auch nicht weiter. Okay. Also. Wir müssen ein... Aber auch hier scheint es nicht so weit zu gehen. Ja, hier waren wir schon. Wir müssen uns auf den Weg machen. Wir brauchen einen Speicherpunkt. Oh, da hinten auf der anderen Seite weiß ich, war eine Tür. Und die werden wir jetzt aufsuchen. Und die werden wir jetzt aufsuchen. Was? Ah, nein. Nicht schon wieder sein Fett. Die Götter handeln durch mich. Ja, genau. Da ist noch so ein Fettsack. Los. Mein Geist wird sterben. Jawohl. Sehr schön. Okay, Leute. Auch gut. Oh, hier haben wir noch mehr. Ja, bloß wo gehen wir hin? Wir werden jetzt erstmal unsere Fähigkeiten hier erweitern. Verteidigung, Lichtblitz habe ich. Ja, weil das nehmen wir auch. Halt. Oh, sehr schön. Schauen wir uns weiter um. Ein Speicherpunkt. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Diablo 3. Bis dahin. Ciao. Euer Dirty Harry. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank.